Mein Name ist Eva Schulze-Brüggemann, ich arbeite bei der Jugendförderung des Jugendamtes der Stadt Mannheim. Und da arbeite ich auf der Fachstelle für kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Hallo Eva, was verbindet dich mit dem Forum? Hallo René, das Projekt Bandsupport verbindet mich ganz stark mit dem Forum. Das Forum ist Projektpartner bei Bandsupport und schon seit immer dabei, unglaublich starker Partner für uns. Hier lassen wir Konzerte stattfinden, Workshops stattfinden und das verbindet mich mit dem Forum. Was genau ist denn der Bandsupport Mannheim? Der Bandsupport Mannheim ist ein Coaching-Förderprogramm. Wir nehmen jedes Jahr sechs Bands mit ins Programm und coachen die ganz intensiv über das Jahr hinweg. Jede Band bekommt einen Bandcoach zur Seite gestellt und dann gibt es noch verschiedene Intensiv-Workshops, die wir machen mit den Bands. Wir machen Bandfotos, wir machen Musikvideos, wir machen Performance-Coaching und das ist so ein Gesamtpaket, um die Bands auf dem Weg in ihre Professionalisierung zu begleiten. Konntet ihr dieses Jahr überhaupt nochmal starten aufgrund der Corona-Krise oder war das quasi genau das schlechte Timing? Also wir konnten starten, ganz normal. Wir hatten auch einen Kick-Off mit allen Bandmitgliedern und dann kam die Pandemie. Also eigentlich wirklich direkt in den Anfang des Projekts irgendwie reingehauen und das war schon extrem schwierig. Zuerst haben wir gedacht, okay, vielleicht müssen wir das ganze Projekt verschieben aufs nächste Jahr. Dann haben wir festgestellt, wir können mit Online-Coachings erstmal ansetzen, also haben die ganzen Bandcoachings erstmal online stattfinden lassen und es ging. Es ging echt ganz gut. Also am Anfang ist es ja sowieso ganz viele Themen, die erstmal besprochen werden müssen. Also was für ein Gesicht will die Band haben, wie organisiert sie sich intern. Also ganz viele Themen, die erstmal besprochen werden. Und dann fängt so an die Arbeit im Proberaum einfach auch. Und ja, dann wurde es natürlich schwieriger, nachdem dann so die ganzen Themen abgefrühstückt waren und definiert waren, wollten die Bands natürlich gerne in den Proberaum gehen. Und das ist jetzt echt eine Herausforderung, denn die Proberäume müssen groß genug sein für die Personenanzahl. Also zehn Quadratmeter pro Person müssen wir haben. Und deswegen haben wir jetzt einen Proberaum im Musikpark eingerichtet, mithilfe der Music Commission, die ja auch Projektleitung ist im Band Support. Und Session Walldorf, die haben den ausgestattet, den Proberaum. Und der ist knapp 100 Quadratmeter groß und da können die Bandmitglieder gut Abstand halten. Und wenigstens erstmal wieder instrumental in die Proben gehen. Singen ist im Moment noch schwierig wegen den Aerosolen, die sich verbreiten im Raum. Du hast ja schon angesprochen, viele so Teilaspekte, die kann man sicherlich ja auch in den Online-Bereich verlagern. Gerade so theoretische Sachen, wenn es zum Beispiel um ein Band-Image geht oder vielleicht auch sogar Songs schreiben und sowas. Aber ich glaube so, dass A und O ja auch so der Kern von jeder Band ist das Live-Spielen. Und das ist ja auch für die jungen Bands gerade wichtig, sich da auszuprobieren, möglichst viel live zu spielen. Wie nehmen die das denn auf? Ja, es ist natürlich einfach dieses Jahr total suboptimal. Also wir haben ja normalerweise immer einen Spot auch auf dem Schloss fest. Das ist abgesagt worden. Wir wissen nicht, ob wir das Abschlusskonzert stattfinden lassen können. Also so diese Konzerttermine, die eigentlich im Band-Support immer gesetzt sind, stehen jetzt auf dem Spiel. Und die Bands wollen natürlich eigentlich alle auf die Bühne. Die haben total Bock, die wollen sich ausprobieren, die wollen die neuen Songs auch den Leuten zeigen. Aber es ist einfach im Moment nicht möglich. Also es ist schon auch demotivierend, aber es ist ja die Gesamtsituation eben. Und jetzt überlegen wir auch, machen wir doch noch ein Online-Konzert oder, was ich cooler fände, können wir doch vielleicht irgendwo ein kleines Konzert machen, wo, weiß ich nicht, maximal 99 Leute mit Abstandsregelungen sind. Aber dass die Bands wenigstens mal wieder live auf die Bühne kommen, das fände ich schon echt sehr wichtig. Also wir sind da dran. Das ist einfach generell für MusikerInnen total doof gerade und echt eine ganz, ganz suboptimale Situation. So ein wichtiger Aspekt beim Band-Support ist ja auch wirklich so, das intime Arbeiten, dass man wirklich one-on-one ganz nah an die Bands herankommt, auch gerade mit den verschiedenen Coaches in die Proberäume reingeht. Das fällt ja jetzt auch alles so ein bisschen flach. Haben sich da die Coaches und die Bands auch so ein bisschen dran gewöhnt, sind die trotzdem so ein bisschen aneinandergewachsen. Ich glaube, jede Band hat ja auch so wirklich so einen Coach zugewiesen. Genau, jede Band hat quasi einen Mentor oder Mentorin. Und das ist uns total wichtig, dass das eine intensive Zusammenarbeit ist. Das ist wirklich das Herzstück vom Band-Support. Diese Beziehungsarbeit, dieser Kontakt, wo die Bands auch wirklich ganz viel auf die Meinung der Coaches geben. Und das ist super wichtig, funktioniert aber auch online, soweit ich das mitgekriegt habe von den Bands, gut. Also das Feedback habe ich, dass das schon auch cool ist und dass sie das online ziemlich gut hinkriegen, sehr intensiv zu arbeiten und jetzt ja auch zum Glück nach und nach sich auch wieder persönlich treffen können. Also wenigstens mal so, sich wirklich in die Augen schauen, auch wenn man vielleicht noch ohne Gesang proben muss. Aber man kann wieder arbeiten im Proberaum. Und ich glaube, da haben die jetzt echt auch aufgeatmet. Also so diese enge Beziehungsarbeit, die findet jetzt auf jeden Fall auch erstmal wieder statt und hat auch, glaube ich, über Online-Funktionen, Videokonferenz auch gut stattgefunden. Ja, da können wir ja schon quasi glücklich sein, in welcher Zeit wir leben. Wenn das vor zehn Jahren gewesen wäre, wäre das um einiges schwieriger gewesen. Ja. Du hast ja auch schon das Schlossfest angesprochen oder auch das Abschlusskonzert. Es ist ja so, dass es sozusagen der Gewinner beim Abschlusskonzert, ich glaube, nach dem Klatschen auf dem Schlossfest dann spielen darf. Gibt es da schon Überlegungen? Sind es dann zwei Bands eventuell nächstes Jahr, die da spielen? Oder wird so ein Abschlusskonzert vielleicht Open Air verlegt oder für so ein Autokonzert? Habt ihr da schon Überlegungen? Ja, also genau das, was du sagst, sind alles Varianten. Es ist natürlich so, dass wir immer für das Band-Support-Jahr so einen ganz klaren Plan haben und dann eben auch den Gewinner auf der großen Bühne beim Schlossfest spielen lassen können und die Bands aus der aktuellen Generation dann eben auf einer kleineren Bühne auf dem Schlossfest. Und das wären halt eigentlich im nächsten Jahr eben andere Bands für die kleine Bühne und für die große Bühne. Keine Ahnung, normalerweise wäre das Minnow gewesen jetzt in diesem Jahr. Die würden natürlich nächstes Jahr dann gerne spielen. Müssen wir nochmal schauen. Vielleicht kann man da irgendwie was regeln, steht aber noch nicht fest. Mal gucken, wie sich das irgendwie ergibt. Aber wir versuchen auf jeden Fall, die Bands irgendwie auf die Bühne zu kriegen. Und auch wenn jetzt beispielsweise das Abschlusskonzert nicht stattfinden könnte, man weiß ja auch nicht, was jetzt noch im Winter alles kommt, viele sprechen von der zweiten Welle, werden wir es auf jeden Fall verschieben. Also es wird stattfinden und dann, wenn es dieses Jahr nicht sein kann, dann im nächsten Jahr. Du bist ja auch privat sehr stark mit der Musik verbunden, bist selbst Musikerin, Sängerin. Weißt du noch, wann du das letzte Mal selbst auf der Bühne standest? Ah ja, krasserweise bei der Mannheim Music Week. Die Music Commission hat nämlich so einen Truck gemacht und ist damit in die Stadtteile gefahren, während der Mannheim Music Week. Und hat ganz viele Künstler dazu geholt. Und da stand ich auch kurz auf der Bühne und habe gesungen. Und das war einfach echt cool. Also so dieses Gefühl, wieder für Publikum zu singen, Applaus zu bekommen. Die Leute waren mega dankbar, total glücklich. Auch super, dass es in Stadtteilen war, die einfach weiter draußen liegen, die vielleicht auch so ein bisschen brennpunktmäßig sind. Und die Leute waren total dankbar. Es war echt ein schönes Gefühl. Aber davor ist es jetzt schon echt lange her und es fehlt. Wärst du quasi direkt wieder bereit, auf die Bühne zu springen, wenn man es wieder halbwegs normal darf? Oder bist du da eher zurückhaltend? Also sowohl als Sängerin, aber auch selbst als Gast auf Konzerten? Also ich wäre sofort bereit, auf die Bühne zu springen. Hätte ich gar keinen Trouble mit. Ich muss aber sagen, wenn jetzt mal angenommen Konzerte mit bis zu 1000 Personen oder so was, eine größere Sachen wieder möglich wären, wüsste ich nicht so genau. Wäre ich glaube ich selber vorsichtig tatsächlich. Also ich nehme das Ganze schon extrem ernst, auch so im Sinne des Schutzes für andere. Und da weiß ich nicht genau, ob ich mich trauen würde. Also würde ich ganz individuell entscheiden, glaube ich. Aber selber auf der Bühne stehen, klar. Also das ist einfach, es fehlt einem zu sehr, als dass man das dann nicht machen würde. Und im Umkehrschluss, naja, kann ich nur hoffen, dass die anderen Leute so denken, hey komm, wir gehen zum Konzert, wir gucken es uns an. Wir vertrauen den Veranstaltern, dass sie auch wirklich aufpassen auf die Leute, die Abstandsregeln einhalten und ja, sodass alle safe sind. Okay, vielen Dank Eva. Hast du noch abschließende Worte? Ich danke dir, René, für das Interview und für eure super coole Interviewrei. Ich finde es mega interessant und ja, einfach nur danke.